krankenbericht 4. november 1864 heute erhielt ich vom superintendenten die bestätigung dass ich eine sehr bekümmerte schwierige patientin in meine obhut bekommen solle zweifelhafte ehre sie heißt alles und die prognose ist nicht sehr vielversprechend nachdem ich einen blick in ihre akte geworfen habe wundere ich mich dass sie überhaupt noch am leben ist sie liegt nun seit beinahe einem jahr im koma 11. november 1864 das mädchen liegt stumm auf der streckbank den kopf seltsam bandagiert und dennoch scheint sie sich mit aller kraft ans leben zu klammern ihre verbrennungen sind in dem jahr das seit dem brand vergangen ist unerwartet gut verheilt aber sie weist eine tiefe trance ähnliche demenz auf es ist als haben die flammen die meisten ihrer sinne mit allen anderen verschlungen er ist zeigt auf keinerlei reize reaktion niemand fast besser in die düstere welt dieser kranken station als sie in einem unbedachten moment sprang eine krebs verfallene katze auf elis als das mädchen hinausgetragen werden sollte die pfleger erschraken als die katze monster und verlorenen halt das arme mädchen fiel auf den boden seltsamerweise stellte sich die katze auf ellis als würde sie auf ihr territoriumsrecht pochen oder einen auf der jagd erlegten nager verteidigen erst als ein pfleger sie mit einem stock bedrohte sprang sie in die nächste hecke selbst dann duckte sich die katze im gebüsch sie richtete ihre hingebungsvollen blicke auf ellis als hätte sie ein ganz persönliches interesse an unseren handlungen 14. november 1864 alles was sie besitzt ist ein spielzeug ein russiges abgewitztes kaninchen mit nur einem knopf auge das an einem losen faden hängt ein spielzeug aus ihrer unbeschwerten kindheit nun wacht das kaninchen über alles fortschreitende demenz 8 dezember 1864 wenn ich hier eine flamme vor die augen halte zeigt nichts in ihrem blick auch nur von der geringsten reaktion ich klatschte neben ihrem ohr in die hände nichts weder ihr sehvermögen noch ihr gehör sind beeinträchtigt dennoch reagiert sie nicht das von reverend motto und anderen verbreitete gerücht sie fühle auch nichts mit der schmerz noch furcht oder andere leiden ist weder glaubwürdig noch nett trotzdem ist sie weit weit weg 10. dezember 1864 obwohl sie schwach erscheint muss sie eine äusserst robuste konstitution haben dass sie bis jetzt überlebt hat ihr fieber lässt nicht nach ihre atmung ist schwer und selbst nach einem jahr bereiten ihr die massiven verbrennungen noch so große schmerzen man vermutet nicht dass sie elend ist so regungslos wie sie da liegt aber ich werde sie aus ihren träumen aufwecken selbst wenn die reaktion unfreiwillig ist morgen werde ich beginnen sie mit kalten pflastern und adalas zu behandeln der adalas mag ihrer demenz einige erleichterung verschaffen außerdem habe ich einen neuen schockapparat den ich an ihr ausprobieren möchte ich bin neugierig wie sie darauf reagieren wird 6 januar 1865 in der vergangenen nacht ist eine andere patientin gestorben die ich mit dem mittel behandelt habe dass ich auch an alles ausprobieren wollte ich war überzeugt dass ich ihr zustand mit jeder verabreichung verbesserte daher war diese entwicklung sehr niederschmetternd vielleicht war die stärkere mischung zu stark für ihre chronisch geschwächte brust bevor ich das serum alles verabreiche muss ich jetzt noch weiter erforschen 23 februar 1865 durch die fenster meines labors kann ich die schwestern im garten sehen schwester die führt eine gruppe von kindern zum luftschnappen ich würde die schlurfen den schritte auf dem kiespfad ich frage mich ob er sie jemals mit den anderen dort herumlaufen wird wird sie jemals ihre sinne wiedererlangen oder wird sie den rest ihrer tage hinter diesen dicken grauen wänden verschanzt bleiben ihr derzeitiger zustand gibt wenig grund zur hoffnung auf heilung 23 märz 1865 nicht scheint das mädchen zu verärgern ich versuchte es mit ruhig stellen handschellen beingurten und zwangsjacken als kontrast ließ ich sie die freiheit schmecken und ließ sie einige stunden ohne aufsicht im garten aber auf nichts zeigte sie die geringste reaktion ich habe noch einige methoden in petto manche davon habe ich schon lange nicht mehr angewandt aber ich habe kaum noch hoffnung dass irgendwas anschlagen wird erst april 1865 jedes jahr halte ich an diesem tag inne um 12 uhr mittags haargenau um über die absurdität eines solchen tages nachzudenken ist es noch ironie in sich an einem solchen tag an einem solchen ort scherze zu treiben das mädchen hat sich völlig abgekapselt wenn es möglich wäre würde ich behaupten alles hätte sich noch nie weiter ihre wie europäische psychiaters nennen psyche zurückgezogen ich probiere immer noch verschiedene methoden aus aber keine schlägt an daher habe ich keinen grund zur hoffnung ich würde die fortschritte aufzeichnen wenn es denn welche gäbe 7 dezember 1873 nach einigen jahren im koma teilt sie uns heute etwas mit einem bild mit eine zeichnung von einer art katze allerdings habe ich noch nie so eine katze gesehen 10 september 1873 während alles nach der verabreichung ihres beruhigungsmittels ein nickerchen hielt nähte schwester die den kaninchen das fehlende auge selbst nach so vielen jahren untergeistig verwirrten kann es mich noch erstaunen dass eine scheinbar so triviale handlung eine so große wirkung erzielen kann er es erwachte aus ihrem schlummer und begann hysterisch zu schluchzen sprich mein kind was fehlt dir pflegte schwester die was ist denn liebes in einem zustand von halbbewusstsein sprach alles folgenden vers im erdenbau erneut so eilen wir des wegs ohne unterlass in einen einst so schönen garten versunken nun in hass sie weinte und erst als schwester die das gerade angenähte auge vom kopf des kaninchen riss viel alles wieder in ihre bewusstlosigkeit zurück ich weiß nicht ob ich mich über diese reaktion freuen soll oder ob mich diese intensität ihres ausbruchs beunruhigen soll eines wissen wir jedenfalls sie kann sprechen 11 september 1873 wenn sie möchte kann sie zeichnen heute morgen überraschte sie mich mit einer neuen fantasterei aber was stellt ihre zeichnung da mir scheint es wie ein abbild eines albtraums in der hölle 15 oktober 1873 als ich mich alles zimmer näherte hörte ich leichtes lachen ein paar kadetten ärgerten sie und schlugen sie mit lederbändern diese geschöpfe sind geistig auch nicht viel gesünder er ist reagierte nicht auf ihren eckereien und die kadetten ließen sich nicht von meinen taten beeinflussen wahre hilfe findet man so selten 18 oktober 1873 der superintendent stattete uns einen besuch ab der geruch seines parfümierten händedrucks hängt mir noch immer in der nase er besucht uns nicht oft aber wenn dann bleibt er immer ewig lange üblicherweise läuft er dann durch jeden teil der klinik und gibt vor sich für diesen oder jeden fall zu interessieren diesmal wollte er alles sehen und fragte nach den blut egeln als sie sich weigerte sich zu rühren riss der superintendent seinen mund weit auf und gehnte in unendlicher langeweile als ich ihm ihre zeichnungen zeigte war sein interesse plötzlich wieder geweckt gerade so als hätte jemand seine fettige hand mit einem heißen schürhaken berührt 24 oktober 1873 schwester die hat an der tür gelauscht alles scheint unkontrolliert vor sich hin zu murmeln obwohl niemand versteht was sie sagt sind ihre worte eindeutig an das einäugige kaninken gerichtet 26 oktober 1873 ihr fall ist nichts außergewöhnlich verglichen mit den zahllosen anderen patienten die in diesen hallen hausen ich möchte ihre tragödie nicht verharmlosen die belastung ist ausreichend um jeden geist unermesslich zu erschüttern man stelle sich nur die erbärmlichen schreier ihrer eltern vor die in ihrem brennenden schlafzimmer gefangen waren und das gefühl der machtlosigkeit angesichts ihres leides sicherlich hat ellis diese schrei gehört ich bin sicher sie hört diese schreie seit zehn jahren dritter november 1873 ich höre das ticken der uhr es ist bereits mitternacht und plötzlich höre ich seltsame geräusche in der stelle der klinik muten diese geräusche sehr lebendig an er es führt sich nicht also lausche ich den schreien die mir durch mark und bein dringen dem irren stöhnen dem unerträglichen gemurmel und dem irren geschwafel nach anfänglichen kämpfen ist ellis körper nun wieder erschlafft wenn sie sich nicht ab und zu im schlaf führen würde würde ich ihr einen spiegel vor den mund halten um zu sehen ob sie noch atmet es ist unmöglich zu verstehen was sie sagt es hört sich an wie zu dumm kujung oder boi was für ein unsinn oder ist das ein eigenname ein ort oder einfach eine beschwörungsformel im delirium ich schreihe ihr dieses wort ins ohr und steche ihr dabei mit nadeln in die schultern sie abst aber sie spricht nicht deutlicher der tank fließt durch ihre adern in diesem kalten raum zu sitzen erinnert mich an die letzte behandlung hier die zerfetzte polsterung erinnert mich an den patienten der glaubte ratten sprechen mit ihm sie lebten in dem polster behauptete er tatsächlich glaubt er die geister seiner vorfahren seien in die ratten gefahren nach dem herrn eingriff verschwanden diese waren vorstellungen und er konnte wieder in den schlafsaal gebracht werden alles ist noch immer ruhig 21 november 1873 wieder treibt die kadetten ihre bösen späße sie sind es müde alles zu füttern und kümmern sich nun lieber um das kaninchen und kleckern im haferbrei auf das stoff gesichtchen werden sie das stofftier fütterten lernten die kadetten eine grundlegende lektion des klinik lebens käder einem patienten niemals den rücken zu auch wenn das jetzt belehrend klingt wie ich erfuhr erwachte er ist aus ihrer bewusstlosigkeit und griff die beiden kadetten an erzirnt attackierte sie sie mit einem löffel selbst in ihrem geschwächten zustand konnte sie ihren tiefe wunden zufügen sie führte der löffel wie ein schlachtermesser und stieß es in die fleischige wange eines der kadetten mitten in der attacke richtete sie gegen sich selbst bearbeitete ihre handgelenke und versuchte die wenen zu öffnen ich nähte ihre wunden und verband sie ordentlich er leidet nun nicht mehr aber ob man das auch über die kadetten sagen kann ist fraglich sie ist wieder bewusstlos ganz gleich was ich tue oder sage sie zeigt keine reaktion 7 dezember 1873 wir können eine kleine veränderung verzeichnen ihr mund ist entspannt und wir können sie ohne gewalt füttern wenn es zeit ist für ihre arznei öffnet sie freiwillig ihren mund ganz als wolle sie den trank in ihrem bauch willkommen heißen das ist kaum nennenswert aber jeder fortschritt zählt 8 dezember 1873 eine magere katze leckte alles die wange sie fauchte als ich zur tür hineintrat und sprang auf das fensterbrett sie bestand nur aus haut und knochen denn sonst hätte sie unmöglich durch die gitterstäbe gepasst ich konnte ein grinsen auf ihrem heutigen gesicht erkennen es ist seltsam aber manchmal erscheint einem das gesicht eines tieres beinahe menschlich es gibt so viele wilde katzen im hof es würde mich nicht wundern wenn es hier mehr katzen als patienten gibt 13 dezember 1873 vielleicht hat draußen etwas ihre fantasie angeregt als sie wieder rein kam machte sie eine sonderbare zeichnung wieder einmal beweist sie dass sie mehr kann als herumliegen und dann die geld gestrichene decke zu starren 15 dezember 1873 es ist nun drei tage her dass sich das kaninchen aus dem zimmer entfernte alles schreie hallen immer lauter durch die verschlossene tür 25 dezember 1873 sie ist wieder in ihren trance artigen zustand zurückgefallen mit einem unterschied ihr mund öffnet sich sehr weit wenn jemand das zimmer betritt was auch immer sie verlangt die arznei oder essen sie kann nicht genug davon bekommen 17 april 1874 monate sind vergangen aber es passierte nichts schwester d hat die geduld verloren sie kann meine behandlungsmethoden nicht mehr ertragen und besteht darauf ihre eigenen anzuwenden sie nähte das kaninchen zusammen und steckte es zu ellis ins bett 18 april 1874 interessante entwicklung ellis hat das geschenk erwidert und schwester d zum dank ein kaninchen gezeichnet das allerdings etwas anders aussieht als ihr kuscheltier 1 juni 1874 grundsätzlich unerwartet und erschreckend wie ein plötzlicher blitzschlag an einem azurblauen himmel begrüsste mich alles heute mit einem seltsamen grinsen und plötzlich begann sie mit mir zu plaudern als hätten wir jahrelang nichts anderes getan ich füge zur beweisführung ein paar bemerkungen an damit ich nicht der einzige bin der sie kennt hüte dich vor des schneckenheiß giftigen speichel wirft den teufelswürfel weise denn damit entscheidet sich das spiel bedenke dass der 1000 füßler am unterbauch empfindlich ist er labert ich an den pilzen aber die macht manche weissen zurück leider kann ich diese monologie nicht wirklich als verbesserung bezeichnen 2. juni 1874 sie lebt in einer welt voller gewalt terror und blut vergießen wie die verwirrung ist so groß so fantastisch und absurd dass ich ihr manchmal kaum zuzuhören vermag sie erzählte von einem albtraumhaften reich in dem alles von untergang gezeichnet ist riesige ameisen und fleisch fressende pflanzen alles verschlingen der fische und feuerspeilende biester bevölkern diese welt die vielfalt dieser teutischen kreaturen ist grenzenlos sie übertreffen selbst jodemus bosch triptychon in ihrer schrecklichkeit es ist als grübe ich in der wüste nach wasser nun da das wasser zu fliessen beginnt kann ich den strom nicht aufhalten aber auch die quelle kann ich nicht finden siebter juni 1874 sie öffnet sich mir immer mehr sie redet unentwegt vor sich hin ich denke das elixier ist nun korrekt dosiert bisweilen scheint sie meine gegenwart zu fürchten aber sie spricht dennoch weiter als könnte sie nichts anderes 8 juni 1874 sie verbrachte den ganzen nachmittag damit wir eine geschichte von einer schrecklichen belagerung zu erzählen darin kamen auch lebensgrosse schachfiguren vor anscheinend wurde sie von einem zyklopten haften bauern gejagt und geriet auf ihrer flucht über das lebendige schachbrett in die fänger zweier abtürniger türme wie gewöhnlich war ihre schilderung sehr lebendig die geschichte war entsetzlicher als alles was freusart jemals verfasste 11 juni 1874 ich war nur kurz eingenickt beim erwachen sah ich dass er es ihre hände befreit hatte und sich nun an meiner uhr zu schaffen machte vielleicht muss ich in der nächsten sitzung handschellen verwenden zumindest bis sie sich ordentlich beträgt ich nehme ihr auch ihre stifter wir wollen sehen ob diese bestrafung irgendeine reaktion hervorruft 12 juni 1874 ich hätte es vorhersehen müssen in ermangelung ihrer stifter verlegte sie sich aufs dichten wohl an zum ziele streben wir dem kampf entgegen mit hasenbomb und allerlei sorge für freien lauf auf allen wegen ich bat sie die hasenbombe zu beschreiben klug wie sie ist forderte sie dazu ihren stift zurück und begann zu zeichnen 15 juni 1874 bisweilen ist sie während ihrer monologe ganz klar bei manchen mächtigen worten bricht ihre fantasiewelt wieder vollkommen über sie herein bei dem wort feuer verfällt sie verständlicherweise in grenzenlose trauer 17 juni 1874 alles schleuderte eine teetasse durch den raum wie oft soll ich es dir noch sagen ich trinke nur mit freunden t 18 juni 1874 bisweilen kann sie sich sehr zivilisiert benehmen einen moment darauf legte sie eine außerordentliche boshaftigkeit an den tag als experiment habe ich hier jede arznei entzogen nur die hohe dosis laudanum erhält sie wenn ihre laune sehr ausartet 25 juni 1874 vielleicht würde eine behandlung mit salzwasser eben geist reinigen sie hat wir gesprochen und sich besonders heftig über eine person ausgelassen die sie als rote königin bezeichnet 19 juli 1874 während eines besonders heftigen anfalls griff alles eine der schwestern an die sie gerade badete sie nannte sie herzogin 22 juli 1874 als einer unterhaltung mit alles was hast du getan alles ich war auf einer tee zeremonie was sonst war es eine große feier wo sehr groß lieber doktor ich fürchte nichts bald bin ich am ziel 25 juli 1874 sie schläft in der einen nacht sehr unruhig in der anderen wiederum wie ein baby alles ist unvorhersehbar 27 juli 1874 alles hat uns einen neuen sonderbaren reim aufgesagt sie gewählen mich und sagen stets ihr tod sei mein versagen ich schneide sie mir aus dem geist mit meinem schwert seit tagen 28 juli 1874 sie kürzlich von einem ort namens pilzwald gesprochen dies scheint ein wald mit pilzen von der grösse riesige bäume zu sein pilze und blätter greifen nach allem was den wald betritt in den vermoderten und verrotteten schlünden verwesen kreaturen die hier ihr leben ausgehaucht haben 10 august 1874 es fällt mir schwer die äusserst passive alles mit der aggressiven mächtigen person in verbindung zu bringen die sie in ihren treuen beschreibt sie beschreibt kämpfe mit messern und musketen ihre selbst erstellung hat etwas von einer selbstlosen heldin dies sind keine verwirrungen das ist kein krampfhafter waren aber was ist es 12 august 1874 köpft sie das waren heute die einzigen worte sie erklärte sie nicht obgleich ihr gesicht den heftigen zorn widerspiegelte denn sie nur im zusammenhang mit der herzkönigin zur schau trug 13 august 1874 ich habe alles getan was mir eingefallen ist behandlungen arzneien disziplin und vergnügen mit nichts erziele ich eine verbesserung er spricht wann und worüber sie möchte rezitiert gedichte mit außerordentlicher geistes klarheit zeichnet bilder sie tut nichts auf mein geheiß hin sie ignoriert meine anweisungen bitten und aufforderungen sie ist sehr willenstark was auch immer ich tue sie reagiert nicht darauf ich muss jedoch gestehen dass mich jede fantasiewelt das wunderland in seinen bann gezogen hat ich warte auf den tag an dem sie den sieg über die herzkönigin und ihre schergen erringen und das wunderland wieder ein schöner ort sein wird vielleicht wird das alles heilung sein vielleicht wird sie sich so selbst heilen ihr gleichgewicht wiederfinden und diesen schrecklichen ort verlassen manchmal scheint sie mir so nahe an anderen tagen mit rum ist sie so fern dass ich fürchte sie wird den rest ihres lebens hinter den dicken mauern von rutsch verbringen mit mir 24 august 1874 wenn du mir meine fantasie wird rauben schon lehr ich mit meinem spielzeug dicht den rechten ton